Guten Tag, werte Gäste der Mesomanga. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video des Otaku-Gewäschs. Ich habe, glaube ich, schon öfter mal erklärt, warum ich dieses Format Otaku-Gewäsch nenne. Wer es nicht weiß oder nicht versteht, der soll einfach mal die Videos davor anschauen. Da werde ich es eigentlich immer wieder am Anfang erklären. Ich habe jetzt beschlossen, damit aufzuhören. Es geht mir um etwas. Ich möchte ein bisschen was loswerden. Ein bisschen Rage könnte man da durchaus vermuten, denn es reicht mir mittlerweile. Wir haben eine wunderschöne Discord-Gruppe, wo wir uns öfter mal über diverse Dinge aufregen, die aber sachlich diskutieren und uns alle ganz lieb haben. Wenn ihr da Lust habt, dürft ihr da auch gerne joinen. Link ist in der Videobeschreibung und überall eigentlich verteilt. Ihr müsst nur suchen. Okay, dann habe ich eben, wir haben ganz normal darüber gesprochen und irgendwann, am 10. November war das, wie es scheint, dass KSM Anime auf Facebook irgendwie was geschrieben hat. Wollte irgendwie die Leute belehren mit ihren Weisheiten. Und ob das jetzt falsch ist, ob das jetzt richtig ist, darauf will ich überhaupt nicht eingehen. Ich will auf etwas anderes eingehen, was mir dieser Text wunderbar wieder unter die Nase geführt hat, im Grunde. Es ist so, es mag sein, dass viele, viele Verläge, ob es sei es Anime wegen DVDs und Blu-rays oder Egmont, Carlsen, Tokio Pop hast du nicht gesehen, eben junge Käuferschaft haben. Das mag durchaus sein, bin ich d'accord mit. Ich war auch mal jung und habe auch dort gekauft und wurde nicht so in Anführungsstrichen abgeholt, wie die heutigen Jüngeren. Worum geht es mir? Mir geht es darum, dass es mich irgendwie ziemlich ankotzt, ehrlich gesagt. Dass es bei diesen ganzen Verlägen, bei diesen Twitter-Accounts und Facebook-Accounts und was weiß ich, du immer nur Antworten oder irgendwelches Mi, 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 Mi kriegst in Form von echt nahezu hyperaktiven Postings. Ich habe nicht mehr das Gefühl mit 28, dass ich irgendwie hier berichte oder sachliche Dinge lese, sondern ich werde zugetextet mit irgendwelchen belanglosen Scheißdreck, wie zum Beispiel bei Carlsen, wie die irgendwie, keine Ahnung, eine Dampfschiffsfahrt machen und LOL und Smileys irgendwie beim Fotos noch reinhauen und so. Ich denke mir, das interessiert mich nicht, deswegen follow ich euch nicht. Ich follow euch deswegen, nicht weil ich euch als Personen des Carlsen-Verlags so super spannend und interessant finde, sondern weil ich wissen will, was passiert, wie sieht es aus. Instagram war das, glaube ich, sogar. Instagram war das mit Carlsen. Irgendwann habe ich gesagt, ich schaffe es jetzt ab, ich werde mich nur noch auf die Newsletter konzentrieren, ihr geht mir auf den Sack. Es interessiert mich nicht, was ihr macht, was ihr frisst. Das ist ja wirklich schon echt so nervig, als wäre es irgendwie Bibis Beauty Palace Vlog Scheißdreck. Es bockt mich einfach null. Ich will wissen, wann Manga XY rauskommt, welche Sachen ihr neu lizenziert, auch so Teaser oder so, alles schön. Aber alles andere bleibt mir weg. Das geht mir so auf den Sack. Das hat überhaupt nichts mehr mit der Sachlichkeit zu tun. Das ist irgendeine Person, die diesen Account bekommt und damit echt nur Schrott macht. Das geht mir so auf den Keks. Das ist eine Sache. Die andere Sache, damit es auch zu Otaku passt, wobei es auch schon sehr zu diesem selbsternannten Otaku immer passt, dieses leicht hyperaktive, haben wir auch noch diese ganzen Geschichten. Wie gesagt, diese Geschichte mit KSM und so weiter. Ich habe mir den Text angefangen zu lesen und habe dann gesagt, nee, Leute, so, aus, fertig. Das Thema ist mir scheißegal geworden. Einfach aus dem Grund. Ihr habt ein Thema und ihr wollt die Leute berichtigen und etwas klarstellen. Aber anstatt es sachlich zu schreiben, wird es von irgendeinem, ich habe es so schön geschrieben, deswegen zitiere ich das Ganze mich einfach nochmal aus dem Discord, von irgendeinem oder einer arschverletzten Person von einem Schreiberling geschrieben. So schön mit Großbuchstaben, dass es ja klingt, als würde man die Käuferschaft anschreien. Das ist immer sehr gut. 100.000, 12.000 Ausrufezeichen, weil das ja auch wichtig ist, weil eins nicht reicht. Müssen auf jeden Fall immer drei oder vier sein. Und dann einfach mittendrin irgendwelche dummen Smileys, ein Zwinker-Smiley, der auch nochmal richtig schön das Blut in Wallung gerät. Ich hasse das übrigens sehr, wenn jemand anderen berichtigt, aber nicht berichtigt, in dem Moment, wo ihr ein Smiley setzt, nachdem ihr jemanden berichtigt, seid ihr einfach das größte Arschloch der Welt. Es ist einfach Fakt. Es ist nicht so, dass ihr das macht, um irgendwas klarzustellen, sondern nur, damit ihr es besser wisst und es rausposaunen könnt und jemand anderen dadurch schlechter macht, weil ihr es besser wisst. Und in dem Moment kommt dieser Smiley zum Einsatz und ich hasse euch regelrecht. Es ist einfach das widerlichste, weil damit facht man das Feuer halt noch mehr an. Ich kann als Publisher nicht hergehen und einfach sagen, ey, ich berichtige euch jetzt, weil ihr seid ja falsch. Ihr habt ja keine Ahnung. Sowas steht da drin. Also das ist halt so in Kombination finde ich das einfach super widerlich. So, dazu kommt noch einfach die Tatsache, ich will so eine Scheiße nicht von einem Verlag lesen. Es ist entweder ihr bleibt sachlich und berichtet oder ihr verpisst euch, ehrlich wahr. Ich kann es nicht mehr sehen, es steht mir bis hier. Das ist echt sowas, wo mich tierisch aufregt, wo, wenn ich an eine damalige Zeit zurückdenke, wo alles noch sachlich geschrieben wurde, wo ich irgendwelche Dinge empfehlen bekommen habe von einem Verlag, einfach ganz normal, so wie es halt zum Beispiel hinten drauf steht, die Psydopsis oder was auch immer. Ganz einfach und simpel. Und wenn ich eine andere Meinung wollte, eine etwas, ich sag mal, emotionalere oder so, oder eine persönlichere, dann frage ich nicht den fucking Verlag, weil der fucking Verlag sagt mir, dass jeder seiner Manga saugeil ist. Weißt du, das ist einfach Schwachsinn. Ich will nicht von einem Verlag gesagt bekommen, wie geil der Manga ist. Und ehrlich gesagt, das mag was Persönliches sein, das mag vielen vielleicht helfen, aber mir ist es persönlich auch scheißegal, wenn Retweets kommt und irgendeine Pfeife da sich irgendwie 12.000 Bilder am Tag macht und das mit den Verlägen kombiniert und dann sagt, oh ja, ich habe mir den neuen Manga gekauft, der ist ja so toll. Das ist so eine Aussage, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Warum ist der Manga toll? Warum hast du den gekauft? So Sachen fehlen mir komplett. Dieses, der ist so toll und ich habe den jetzt gekauft, danke an Egmont oder was weiß ich. Das geht mir auch so derbe auf den Keks. Das ist einfach so, ich, ich meine, ihr, ich meine, ist ja klar, guckt meine Videos an. Es ist wohl ziemlich eindeutig, dass ich gerne länger über Manga rede, einfach weil ich auch sage, ich will halt auch den Leuten sagen, warum ich den Manga gut finde und nicht nur, ich finde ihn toll, super, kauft ihn. Ich lese noch schnell die Inhaltsbeschreibung durch und dann, yay. Ey, das ist einfach so eine Sache, damit kann ich einfach nichts anfangen. Das geht mir auch auf den Sack. Ehrlich wahr, ehrlich wahr. Und ja, das, um das auch noch abzuhaken. Und jetzt kommt halt diese Sache, was ich halt wirklich schlimm finde. Wie gesagt, damals habe ich halt einfach bei, was weiß ich, bei irgendeinem Buchverlag oder so, bin ich halt hergegangen, habe mir die Beschreibung durchgelesen und habe halt gedacht, ist das gut oder nicht? Man weiß es nicht. So, und das war auch nicht am Anfang von Twitter und Facebook und so der Fall, dass das so extrem ausgenutzt wurde. Es kam nur immer mehr rüber von Amerika, die das aber noch sehr geschickt machen. Die machen es nämlich folgendermaßen, dass die oftmals jemanden nehmen, der etwas mehr darüber schreibt oder einen Blog oder sowas und dann so kleine Sachen dazu schreiben. Und ich finde die eigentlich immer recht sympathisch. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass die mir zu eik auf den Keks gehen. Klar gibt es auch hier und da mal dieses, oh lol, ich habe mir was gekauft, ist voll toll, Retweet. Aber ansonsten muss ich sagen, ich fühle mich eigentlich immer sehr informativ gehalten bei Seven Seas oder bei Yen Press oder sowas. Also die Twitter-Accounts sind sehr zu empfehlen, weil die einfach, die bringen Informationen raus und die beschäftigen sich auch mit ihren Manga, wenn der Anime rauskommt, wird auch darüber berichtet und lauter so Kram. Also wer da, das ist, du fühlst dich halt richtig abgeholt als Fan. Während das halt bei deutschen Verlägen eher so LOL-Kiddy-Scheiß-Dreck ist. Das geht halt mega auf den Keks und gerade bei dieser KSM-Geschichte, die ich auch, wie Hotaru Kiryu das auch im Discord auch so schön gesagt hat, sie kann das nicht mehr lesen, weil jedes Mal um den Publisher so ein Drama gemacht wird. Ähm, es ist stimmt, es geht mir auch mittlerweile ziemlich auf den Keks, diese ganze Geschichte. Und, ähm, ich habe sowieso nahezu nichts mehr mit KSM-Anime zu tun, weil ich, also, halt, es einfach nicht einsehe, ähm, so allgemein auch deutsche DVD- und Blu-Ray-Geschichten. Weil ich, weil ich einfach gesagt habe, wenn ich was finde, wo ich sage, okay, das will ich unbedingt, dann gebe ich das Geld aus, aber ansonsten, ich werde nicht großartig im deutschen Bereich, äh, viel einkaufen und sammeln, weil das ist einfach, das, ich, ich sehe es einfach nicht ein. Dazu sind meine Manga auch an sich schon viel zu teuer und, ähm, da wird es irgendwann dann auch, muss man einfach auch mal eine Grenze ziehen. Was ich furchtbar finde und wirklich furchtbar in diesem Bezug zu dieser Geschichte. Ich habe auch den ganzen Kram nochmal unten in die Videobeschreibung, äh, verlinkt, nur, oder, beziehungsweise in, äh, in die Kommentare reingepostet, damit ihr es auch nochmal durchlesen könnt, wenn ihr euch traut. Das ist ziemlich anstrengend, muss ich sagen. Und das ist halt der Punkt. Ich brauche es nicht, dass ich das Gefühl habe, dass ich mit 28 Jahren gefühlt von einem 16-Jährigen belehrt werde. Mit Ausrufezeichen, mit Großbuchstaben und Smileys. Das, ähm, das kann doch einfach nicht wahr sein, oder? Das kann doch einfach nicht wahr sein. Warum sollte mich das ansprechen? Warum sollte ich das lesen und sagen, ja, also, da hat er recht. Oder sie. Das, das sehe ich gar nicht ein. Das mag, mag vielleicht vieles stimmen davon. Das ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal gerade. Ähm, wie gesagt, weil es mir nicht um das Thema an sich geht, sondern auf die Darstellung. Es ist einfach so extrem hyperaktiv. Es ist nervig. Es ist aufdringend. Es ist, es ist unangenehm. Es ist wirklich kindlich und, nein, nein, nicht kindlich. Es ist nicht reif. Es ist einfach nicht reif. Ich habe nicht das Gefühl, dass hier Leute antworten, die sachlich bleiben. Ähm, ich weiß, das Thema ist natürlich ein, 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 ein Bulk der Emotionen. Das ist mir durchaus bewusst. Und, ähm, genau deswegen bin ich auch sehr emotional im Moment, weil es mir einfach dieses Thema wichtig ist. Und ich finde es so schade, dass es so ver, verhunzt wird. Und so, ich meine, weißt du, auf der einen Seite wollen sie irgendwie, äh, sagen so, ja, hey, ihr müsst übrigens Manga XY lesen, weil der ist ja halt, äh, da könnt ihr mal sagen, dass der Manga, äh, dass Manga nicht nur für Kinder sind. Aber wenn man sich dann so die Twitter-Accounts von den Manga verlegen anguckt, das ist dann teilweise schon echt Fremdschämen, ne? Also das darfst du, darfst du keinem zeigen. Wirklich. Weil wenn du das zeigst, dann original, das spricht einfach raus, ist für Kinder. Orientierung, Kinder bis Jugendliche. So sieht es halt aus. Und damit macht man auch nichts besser, meiner Meinung nach. Und auch die Idee dahinter einfach so hyperaktiv und so, yay, und mit Smileys und Bilder und Smileys dazu und yay, so, weißt du, so voll die Jugend und so, ähm, das ist auch Schwachsinn. Weil man hat das Gefühl, dass die Verläge entschieden haben, die Jugend und die Kinder für dumm zu erklären und, äh, zu meinen, dass jetzt jeder Jugendliche, dass jedes Kind so schreibt, so agiert und so auch, ähm, Informationen bekommen möchte. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Ich kenne genug Jüngere, die, also, dass auch tierisch auf den Keks gehen, die da auch eher Lust hätten auf was Sachlicheres. Und, ähm, es ist nicht so, dass alle gleich denken und nur, weil es ein paar hyperaktive Kiddies da draußen gibt, muss man es nicht komplett denen gleich tun. Also, das ist, das ist einfach, wo, wo sind wir hier eigentlich gelandet? Was, was soll das denn? Was, was ist mit euch los? Was soll denn das? Das ist doch einfach scheiße. Ehrlich wahr. So, und das musst du jetzt einfach mal raus. Weil das einfach ein Thema ist, das mich beschäftigt und ich hoffe, ihr konntet damit was anfangen. Ihr könnt ja gerne eure Meinung reinposten. Findet ihr das cool? Mögt ihr diese Art von Postings von Twitter, Facebook? Hast du nicht gesehen? Oder sagt ihr, boah, das geht mir auch tierisch auf den Sack. Habt ihr Sachen schon deabonniert oder, äh, defollowed, weil es euch einfach zu, zu viel war? Zu viel, ich, ich nenne es halt echt hyperaktiv, weil es ist halt irgendwie gefühlt einfach so. Allein schon der Schreibstil und so weiter. Habt ihr das deswegen schon, äh, mal deabonniert, der followt? Also, ich verfolge halt persönlich nahezu nur noch englischen Verlägen. Und zwar nicht, weil Englisch so cool ist und ich elitär bin oder so. Sondern einfach, weil ich noch das Gefühl habe, dass ich da als erwachsener Fan noch wirklich Informationen bekomme und kriege, die ich auch eventuell mal lesen möchte, tatsächlich. Und, äh, auch finde ich oft die Retweets und so auch mal so, wo ich dann denke, ah, der, der, der Manga ist, der existiert ja auch noch. Das ist cool. Aber die deutschen Retweets, die sprechen mich persönlich einfach eher seltener an, weil es eigentlich immer nur, es ist eigentlich immer nur das Aktuellste so gesehen. Und das ist halt auch was, was ich finde, was die englischen Verleger auch wesentlich besser machen, weil die auch gerne mal, äh, auch ältere Sachen oder vergriffene Sachen retweeten. Einfach, ja, weil sie vielleicht halt auch einfach stolz sind auf die Geschichte, auf das, was sie alles so geschafft haben rauszubringen, zu lizenzieren. Und, ähm, das merkt man halt einfach auch. Und, ähm, was ich vielleicht auch, äh, was man auch vielleicht merkt, ist, dass vielleicht auch einfach mehrere Leute an diesen Accounts sitzen und nicht nur ein oder zwei hanseln. Ähm, dementsprechend hat das auch eine gewisse, ja, Abwechslung der Informationsweitergabe, kann man das so nennen. Ähm, finde ich einfach persönlich sympathischer und ansprechender. Und halt, wie gesagt, als 28-Jähriger, äh, und ich denke nicht. Und es ist, man, 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 es gibt ja Umfragen genug, dass es viele Leute gibt, ab, sagen wir mal, 24 bis 30 und drüber, die immer noch Manga kaufen und so weiter. Und ich finde einfach, das muss einfach nicht sein und das sollte sich auf jeden Fall ändern, weil sonst, ja, werde ich denen einfach nicht mehr folgen und folgen und was auch immer. Dann, dann, ja, können die, die werden sicher auch ohne mich können, aber ich finde es einfach ein ziemlich anstrengend, ist, ist sehr anstrengend, das Ganze immer zu lesen. Also, das ist fast schon so eine Form von Stress, die ich mir einfach nicht mehr geben will. Das ist mir einfach zu dumm. Das ist mir einfach zu dumm. Und ich möchte auch nicht mehr über Kasem und so einen Scheißdreck reden. Das ist einfach, das ist, äh, da unten drunter direkt wieder das Video von Ninotaku gepostet, wo ich dann so dachte, ja, komm, hau noch am besten so die Aussage raus. Das Anime-Manga sind Nische und dementsprechend Freifahrtschein für alle. Hey, es reicht ja scheinbar. Die müssen nur diesen einen traumhaften Satz sagen und das Video von Ninotaku posten und jeder ist glücklich und sagt, ja, die haben recht. Also, es wird halt auch nicht mehr so wirklich nachgedacht. Das ist halt, naja. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuhören und wünsche euch noch einen wundervollen Tag und einen wunderschönen Aufenthalt in der Mesa Manga. Ich bin der René und sage wieder einmal, tschau. Bye-bye.